Jo liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA und wir machen weiter mit dem nächsten Duell und da ist der Gegner Bayer 04 Leverkusen. Gucken wir uns auf die Tabelle wie es momentan aussieht. Wir sind zwar total im Momentaufnahme auf Platz 6 nach dem Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Vorne triumphieren Bayer Leipzig und Hoffenheim. Hoffenheim sogar noch eine Gegentor. Die Bayer und Gegentor kassiert. Wir haben trotzdem unsere Punkte. Wir sind vier Punkte. Wir sind jetzt vier Punkte, zwei Punkte in der Spitze. Wir stehen momentan tatsächlich auf einem Europa-League-Platz, was natürlich geil wäre, was aber wahrscheinlich nicht so bleiben wird. Wobei insgesamt spielen wir tatsächlich. Spielen wir eigentlich jetzt international? Blöde Frage, blöde Frage, blöde Antwort. Hier ist es zumindest noch nicht dabei. Hier ist auch noch nichts entschieden. Naja, guck mal, vielleicht haben wir ja, vielleicht weiß ich nicht, schon den Fittpokal vielleicht, weil doch eh nachdem die Dortmund platziert war. Ich weiß nicht, ob es das recht oder zu sagen, nö, nö, der Gewinner geht rein. Der Verlierer, nö. Egal. Wenn wir heute Leverkusen schlagen würden, dann hätten wir sieben Zähler. Und Leverkusen, wer hätte den nächsten Fehlstart? Gucken wir mal ganz nach unten nochmal schnell in die Tabelle. Bis vorher ich jetzt hier weitermache gleich mit dem Duell heute. Da steht momentan noch aus der Mönchengladbach. Die wäre ja im letzten Spiel auswärts mit 3 zu 2 geschlagen. Glücklich, aber wir haben sie geschlagen. Wir haben die Punkte geholt. Wir haben vorher das 0 zu 0 gegen Dortmund gehabt, die auch nur einen Punkt auf dem Konter. Hätten wir die nämlich dann auch geschlagen, wenn sie ein Tor gemacht hätten, die auch null Punkte. Wieder mal sollen. Ich bin zufrieden. Wir haben einen Pappenstart gemacht. Wie gesagt, wir haben vier Punkte auf dem Konter, haben Sieg und einen Unentschieden gegen Dortmund gehen in Gladbach. Und jetzt kommt mit Bayer Leverkusen der nächste Gegner. Vor allem ein Heimspiel jetzt erstmal wieder. So. Gucken wir mal rein. Wir haben glaube ich noch, ja doch, wir haben noch ein, wir haben noch das Leverkusen. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich Deadline haben, ne? Deadline D haben. Dann dürfte da vielleicht nochmal was passieren. So, bitte mal sein. Ich gehe mal auf jeden Fall rein. Die manche wird natürlich sich weiter dahin. Äh, unverändert spielen. Eigentlich bräuchte ich noch einen Verteidiger. So, guter Lua mal rein. Peri. Weil der noch nicht 200% mehr fit ist. Und dann geht's ins Match. In dieser Saison. Beziehungsweise geht's ins dritte Match. In diesem Spiel. In dieser Saison. Dritter Spieltag. Leverkusen. Passt. Herzlich willkommen liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuss. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja? Das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Die Gastgeber haben in den ersten beiden Spielen eine hervorragende Leistung gezeigt. Vier Punkte haben sie auf dem Konto. Man hatte mit deutlich weniger gerechnet. Und das zeigt schon, die sind stark. Da hat es im Moment jeder Gegner schwer. So, die müssen wir natürlich jetzt gucken. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimannschaft heute. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, Sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen. Wollen Sie viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, wo geht es viel? Erinnert sich da auch nichts. Das ist es. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Ja, das kann was werden. Ja, es ist ähnlich in der Aufstellung wie beim Pokal aus der Leverkusen, wo wir ja 3-0, wie gesagt, im letzten Spiel gewonnen haben. Aber davor hat man das Pokalfinale verloren haben, noch zu Drittliga-Zeiten. Letztes Jahr gegen Totten verloren. Jetzt wollen wir dieses Jahr, wollen wir den Titel holen im dritten Anlauf. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Bundesliga. Wir sind top gestartet, wie gesagt, vier Punkte. Gibt es heute etwa 7. Und hier ist es heute bei 4. Und damit sind wir trotzdem alles noch im Soll. Alles ist gut. Wir haben aber vier Punkte auf drei Spielen. Das Aufsteiger wäre toll. Aber wie gesagt, finde ich jetzt, dass du die Heimspiele so gut wie möglich ergibst. Oh ja. Guter Pass. Schiri. Aber wir haben es gesehen. Es war doch kein Abseits. Sekundenbruch, Teil zu spät. Es ist ärgerlich. Lukas Parkett hat. Natürlich hat auch Leverkusen aufgerüstet, aber sie können halt nicht. Wir können halt nicht die Sprünge machen, die durch Leverkusen machen können. Wir haben auch nicht die dicke Kohle getroffen. Nach so einem Doppelpack ist klar. Moment. Jetzt liegt der Rock. Und 0-1. Das ist das Saisontor von Norwega. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Das Tor noch mal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann sehen wir. Es wird eng. Es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. So. Haut der hier schon hinten ins lange Eck. Erste Saisontor von den Neuen links außen. Passt also. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, das sind rote. Und das könnte eine gelbe geben. Vorne als liegt dort. Schiedsrichterin zeigt gelb. Richtig. Kann man so geben. Sie werden hier schon in dieser frühen Phase zeigen, dass sich die Teams zurücknehmen sollen. Ja, gut gemacht. Jetzt wissen hier alle, woran sie sind und können sich darauf einstellen. Acuna. Allseits. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt. Schlag auf Schlag. Unwiderstehlich brischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. So, mal eben schnell ins Studio. Da gibt's was Neues zur Partie. Mann, 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 Mann. Ah, schau mal. Wir haben hier das erste Tor für Bielefeld. Torschütze war Milot Rashica. Ja, da muss er nur noch den Fuß hinhalten. Rashica, wie gespielt Bielefeld, ja? Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 13 Minuten. Oh, geiler. Interessante Info. Dankeschön dafür. Frühstören jetzt. Für Schatten. Da kommt der Pass. Sterner. Und Ecke. Und Ecke. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? So, Ecke wird... Komm, Sterner. Ecke kommt rein. Nein, keine gute Befreiung hier. Ja, Freikuss. Vorsichterin, gib dem Freistoß. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Position. So, es... ...darf mal wieder ran. Jonas, Sterner nämlich. Ja. Ja, gut gemacht. Ja. Ja, gut gemacht. Wir können sagen, es ist ein anderes Spiel. Elfmeter. Für Ballboy. Parketa. Und ja. Ja. Geh rüber. Ola bleibt stehen, mehr so scheiße, ganz 21, 21 Jetzt steht es hier, 2 zu 1, eine enge Kiste Gut durchgesetzt, gefährlich Hast du gut? Und 2 zu 2 Den haben sie mal gar nicht angegriffen Den haben sie gesagt, komm, lauf mal durch, mein Freund Alles wieder offen Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang Keiner kann ihn aufhören Der lässt die Abwehr einfach stehen Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht Alles wieder offen hier, 2 zu 2 So, No War Der hat ja noch gar nichts heute getroffen Und Der geht Da kommt die Ecke No War, da ist er noch 3, 2, 8, 20 ist er Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers Er ist der Eckball Und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten Dann machen sie es ihm aber auch leicht Und die Chance lässt er sich nicht entgehen Keine Chance für die Verteidiger Und plötzlich steht es 3, 2 Bayreuth Was ist das Spiel? Das ist das erste Pokalfinale Da ging das aus und hin und her Da haben wir auch 3, 2 geführt Dann statt auf einmal 3, 3 Und dann hat Leverkusen kurz am Ende zugeschlagen Darauf konnte ich heute ein bisschen verzichten, muss ich sagen Aber kein langweiliges Spiel Wir sind tief nicht Wir haben hier das erste Tor für Frankfurts Torschütze Mario Götze Götze So war es wohl nicht geplant Aber das Glück war auf seiner Seite Der neue Spielstand damit 1 zu 1 30 Minuten sind gespielt Ja, der Alter war Gut, ich hatte gehofft, dass er vielleicht doch ab 5 Also wenn man den Freistoß da gibt Dann wäre es eine gelbe Karte geworden Maximal keine rote Und dann wäre es eine gelbe Karte geworden Kurz vor der Pause sind Tiersgeber hier Knapp in Führung Sie machen ein gutes Spiel Und man merkt schon Sie haben das Wunderbar Vier Tor 0, äh, 37 Zwei Toren vorne Tolles Tor Wichtiges Tor Jetzt darf er sich hier feiern lassen Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederhole Zunächst der gefährliche Steilpass Hinklauf Vier Tor Vier Tor Von Hals Neuer Spielstand Vier Tor Vier Tor Vier Tor Vier Tor Frage ist ob es eine Verletzung oder so Wieso? Warum wäre er eine Zwiebelmusik Den jetzt rausnimmt? Maut über das Neue Drehnis Für nur Sauber vom Ball getrennt hier Vielleicht jetzt mal Bayer 04 Aber wir sehen es Ballverlust die frage ist was wird es gelb oder rot erst mal gerade so noch gelb kacko tolua ja vielleicht mit dem chance auf das 3 zu 4 da kommt die tafel zwei minuten nachschlagen die chance es gibt noch mal geld für gelb gibt es ja auch noch grund war diese hafte aktion also in diesem ersten spielabschritt gleich geht es hier wieder weiter also der macht hier bislang einen richtig guten eindruck hatte einige gute szenen heute und dann war es ja klar dass er seine tore macht so kurz auf die andere stände dort im kleinen derby gegen bohro wird auf 10 so wir haben es jetzt durch wechseln wir haben drei geld die da heute die vor platzer weise bedroht sind eventuell dementsprechend wird natürlich jetzt drei wechsel vollzogen das war so wie gesagt es war mir da haben wir verplatzen die dritte paus ist vorbei das spiegel weiter so der licht was gibt hier die nächste gelbe mindestens so ja so die richtige entscheidung ist dieser zähne da ist die chance ja ganz energisch was weg gefahr erst mal bereinigt gut gelöst weil heute nahezu unaufhaltsam chancen erarbeitet chancen machen dann hast du eine doppelte deutliche führung viele hatten ja schon damit gerechnet und jetzt steht es auch endgültig fest der verlässt den verein er wird also wechseln dem steht eine tolle zukunft bevor das sieht alle experten so kannst du fragen wen du willst das wird es da flanke jetzt auf den langen posten die flanke holt er sich mal kommt die chance man ist schiefst wo machen heute wirklich einen exzellenten eindruck das ist nochmal die wiederholung dieses tores er setzt sich durch und dann setzt er sich durch Willenstein das zeichnet ihn einfach raus er lässt der abwehr keine chance große freude auch am spielfeldrand er ist zufrieden mit der leistung seiner mannschaft das müsste es doch eigentlich jetzt sein und jetzt haben wir hier noch eine treffe mittlerweile steht es fünf zu zwei erstes saisontor Tor von Marvin Warnicek, der 90er-Gang vom KFC. War geil, hat diesmal Resolot, aber sicher. Ja, komm nicht. Nächster Gegner auswärts Union Berlin. So, damit wird es jetzt nochmal einen Wechsel geben. Und damit hätten wir also alle Fünfe. So, das könnte ein bisschen zu eng werden. Naja, der war ein bisschen zu kurz gekommen. In die Ecke, sonst wäre der ja... Nicht, dass das nicht so eine Ecke geworden wäre, wie beim Tor von Novoa. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Acuna. Da der kommende Gegner der Leverkusener. Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das wird wohl eine sehr ausgeglichene Partie werden. Schöner Ball auf Kilian Fischer. Aber da musst du langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da haben sie die Chance. Drin. Eckloff. Es wird immer deutlicher. 6 zu 2. Die lassen hier nicht mehr andrennen. Damit fakt ist, man hat sieben Punkte als Aufsteiger. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann macht das Start. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Hat es spitze gemacht. Fischer. Eckloff. Und 6 zu 2. Ganz entspannte Miene. Nach Beiräuter verarbeitet sich die Chancen. Die nutzen ihre Chancen. Und machen sie dann auch. Das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Lucas Paqueta. Er erzwingt den Ballverlust. Mount. Morgana. Oh, und kocht ihn ab. Stark gemacht. Das könnte was werden. Und Obamianzen. 7 für 2. Der Augensteiger überrollt die Leverkusen. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Yes. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Es wird zwei Minuten Nachspielzeit geben. Sehr gutes Technik. Das war Winkel. Und dann ist hier das Ende. Die Gastgeber gewinnen also. Diese Partie. Sie machen aktuell einfach viel richtig. Hat man heute bei diesem Sieg gesehen. Sie stehen deutlich besser da, als man das erwartet hatte. Wer sie Punkte weiter geht, dann kann man vielleicht sogar irgendwann die Ziele nach oben korrigieren. Ja, so wie immer. Das kann auch ganz, ganz schön wieder nach unten gehen. Der Vorstellung vor dem. Er hat hier überragend gespielt und damit natürlich einen großen Anteil am Sieg. Er dürfte zufrieden sein. So, Fakt ist, das Ding ist durch. Wir haben die Punkte gemauelt. Aber wir haben sogar noch getroffen. Daher passt das soweit. Dass er wohl mal weniger Ballbesitzer hat. Na, wir haben sie halt gemacht. Der Torp gewinnt in Leverkusen. Danke, dass Sie so kurz nach Abfall vor unsere Kamera gekommen sind. Wir haben gekämpft. Wir haben natürlich die gelbe Karte, aber wir haben es trotzdem geschafft. So, Fakt ist, dass wir auch unsere Punkte geholt haben. Danke für dieses Gespräch. So, gucken wir kurz auf das Ende von der Transferperiode. Mal gucken, was da passieren wird. Das wird jetzt nichts mehr passieren, groß. Zumindest, es wird jetzt nicht noch irgendwie dramatisch irgendwas passiert. Oh, gala. 2,9 Millionen durch Empoli. Nö. Wen werde ich behalten? Wie gesagt, wenn jetzt nicht noch dramatisch irgendwas passieren wird, wird es jetzt, wird jetzt kein, weil sonst muss ich nochmal springen. Oh, Pellegrini wechselt nach Leverkusen. Ah, der war dir zu spät. Mindestens. Kontinu zurück nach München. Ja, natürlich. Brauche ich mir gar nicht anzugucken. Will ich gar nicht. Will ich nach Mainz? Heute will ich eine Meier haben. Das ist genau das, was ich meine. Wenn da irgendwas passiert, jetzt so dramatisch ist, dann werde ich nämlich nochmal reagieren müssen. Auf dem 3er Markt. 2,5. So was jetzt haben? 2,05. 2,25. Treffen wir uns auf der Hälfte. Wie sollen sie haben? Ja, kommt. Ist okay. 2,15 am Ende sind es dann wahrscheinlich für den 19-jährigen Meier. Wenn er jetzt noch zustande kommt. Wenn der Wechsel jetzt auch zustande kommt. Ist tatsächlich nicht mehr passiert, glaube ich. Gut. Liebe Leute, das war's mit dem immer kurzen Spiel. Wir sind sogar Tabellenführer gerade. Weil die Bayern, weil die Bayern, ne, die Bayern haben nur ein Spiel weniger. Okay, ich wundere mich gerade, warum sie sind. Wir sind Tabellenführer. Okay. Aber es ist so eine Momentaufnahme. Es wird wahrscheinlich nicht da umbleiben. Wir werden hoffen, weil wir noch nicht gespielt haben, die Bayern noch nicht gespielt haben. Wie immer sei. Wir treffen in der nächsten Partie. Auswärts-Bauf-Union-Berlin. Die auch mit 3 Spielen und 1 Punkt dastehen. Ja, mal gucken. Ob wir die auch so und zwar mitbekommen. Oder ob unsere erste Niederlage hinbekommen. Wir wissen es doch nicht. Wir sehen uns jedenfalls wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ja, bis morgen um 14 Uhr. Und nee.